Wieso muss es nachts sein? Jetzt brauche ich noch meinen Wassereimer. Keine Ahnung. Ich kann nachts nach oben. Komm schon. Ich spring da jetzt runter. Uiih! Bammtot. Echt? Ne. Scheiße. Au. Wie tief muss das Loch werden für das Wasser? So jetzt komm ich. Drei. Drei. Ja manch. Oh. Entweder greife ich auf der sicheren Seite. Waaah. Mann. Schreck mich nicht so. Jetzt. So. Es hat sowieso gar Tag glaube ich. Ja. Das ist nicht wo wir sind. Ne. Es ist nach. Warte ich lache was die Kuh hier. Ja hier ein klein bisschen Eisen. Ja. Es wird aber Tag. Ähm. Ja es wird Tag. Ach schrecklich. Komm mit. So dann kann ich gleich mal den Kies hier verballern. Warte warte warte. Der Kuh rennt jetzt hinterher ne? Willst du echt oben auf den Berg drauf oder was? Ich? Ja. Nö. Warum? Ach so die. Ich dachte ich muss sie auf den Berg. Komm her. Ach so ne. Ja. Hä. Ach hier dazu wär schon Skidat. Nö. Scheiße. Willst du mal einen Sprung wager Juli? So jetzt. Ich bin ganz. Warte ich bin. 500 Blöcke von daher entfernt. Was? Wie das? Ja. Ich hab mir doch Clay. Damn. Ach so. Ich find den Berg hier so geil. Cool bauen wir da drauf. Nein da. Hier. Hier so. Nein wir haben schon einen. Wow. Okay. Wir haben sich Jonas und äh. Nö. Janis und Juli eingerichtet. Ach der. Wir sind jetzt schon bei denen oder was? Ja. Hey wer hat sich dann einen Berg eingerichtet? Nein nicht im Berg hier da. Nein ne ne von dem Berg. Von dem großen da. Hä was ist das auf dem Berg? Das ist das von euch? Ja. Jetzt. Kapiert. Okay. Was ist jetzt erst? Hey lasst es. Cool. Lasst es. Lukas. Alter. Komm her. Ja lass es. Ja Lukas komm her. Lukas. Von Juli hat gesagt es ist schon okay wenn man sich das nimmt. Nein. Ist gar nicht. Doch wir spielen ja nicht gegeneinander. Aber ja dann kriegen wir euren euren Zaubertisch. Hä? Marsch. Bommas hat er sich rausgenommen. Ihr könnt ja doch. Ich hab ein Geist rausgenommen. Du kannst doch hinlaufen und benutzen. Na ne versteckt. Ich glaub Jannis hat nicht bemerkt dass man in Minecraft laufen kann. Nein wir haben ihn versteckt. Deshalb. Ah ok gut so. Was hast du versteckt? Ja. Guck ihr versteckt eures. Du musst nur suchen. Ich muss dir auch in der Kiste suchen. Was habt ihr denn versteckt? Gar nichts. Nix. Digra. Ja. Ne ach was. Ja ihr kommt sowieso nicht zu uns hoch. Außer dass ihr euch hoch baut. Äh. Wasserfall. Äh wir machen den immer zu. Wenn wir oben sind. Loll. 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 Loll ich bin voll. Juli wir TP uns dann nachher hoch. Genau. Scherz. Sobald ihr das macht. Sobald ihr das macht. Springen wir halt runter. Und dann? Dann können wir zwar nicht mehr hoch. Aber ihr seid auch nicht durchgekommen. Na super. Dann sind wir aber schneller wieder beim hochbauen als ihr. Jaja. Aber wenn wir sterben. Ich habe aus Sehen so eine Art Treppe gemacht dann mit dem Erdzeug da. Weil ich nicht hochgekommen bin. Oh Gott. Brauchst du das? Also ich teste das mal. Wenn ich jetzt gleich drauf gehe dann dürft ihr ganz laut lachen. Hahaha. Oh Leute ich fall runter. Brauchst du halt schon drauf gehen. Hahaha. Jawoll. Sauber. Warum sollte ich da drauf gehen? Ach ich komme da gar nicht durch. Es hat doch durch das Loch durchgefasst. Geil hier gibt's Kohle. Alter. Mach den Stein weg. Huch. Komm nicht durch ich bin zu fett. Oh. Fast wieder runter gefallen. Ja das ist ein bisschen tricky bei euch. Ach was. No risk no fun. Hahaha. Jonas ist da glaube ich schon oft gestorben. Ja. Vor allem weil ich das Wasser mal weg gemacht habe wo er hochgekommen ist. Ja ich springe immer aus der anderen Seite runter. Hä. Wie das? Ja wenn man da aus dem Wasser. Da habe ich einen kleinen Schwung wenn man aus dem Wasser kommt. Ja. Ja. Boah ich zitter wurde mir gar nicht kalt. Was ist das? WTF? Alter. Ich zitter. Juli weiß was ich gefunden hab. Ja. Diamanten. Geil. Wird scheiße. Ach ihr habt ja eure Diamanten letztes mal verloren. Hm. Ja. Was muss ich da hören? Echt? Ja. Weil wo Jonas gestorben ist. Wo Janis ihn runter geschubst hat. Oh mein Gott. Danke Janis. Danke Janis. Warum habt ihr die eigentlich nicht wieder aufgehoben? Ähm. Wir wussten nicht wo es war. Ach so. Der ist doch gleich daneben runter gefallen. Ja die waren weg. So jetzt erstmal freilegen. Ah. Warte warte warte. Nein. Haha. Unkeber. Oh ich höre hier nichts gutes. Ja. So. Noll. Ja. Wenn man meint. Nein. Jetzt bin ich selber nochmal runter gefallen. Oh mein Gott. Ich bin so ein Noob. Ja. Ich sollte mal so so ein Dev. So eine Dev-Lichte machen. Das war genial. Lieber nicht. Ich glaub das ist Platz 1 Janis. Nee. Ich bin bis jetzt noch gar nicht verreckt. Ja neuer Rekord hier. Ja ich hab das noch vorne geschubst. Aber da bin ich nicht verreckt. Ja man 5 Diamanten. Doch Janis ich einmal verreckt da. Wo bei der Zwischenstation. Das weiß ich nicht. Achso da bin ich aber 3 oder 4 mal verreckt. Nicht net. Und mal Alina. Weil die anderen hauen immer mit der Hand. Und Alina haut immer gleich mit dem Schwert. Ich beiß zurück wenn man mich kratzt. Was. So so. Wow. Einleuchtend. A little bit of. A little bit of. No. Ich kann Kühe mit einem Schlag töten. Ja wenn du von oben drauf springst. Nein. Es war wegen dir. Wow. Wenn du mit dem Holz schwert von oben drauf springst. Ich hab kein Sanch. Ich muss mich nicht aufbauen gehen. Wow. Scheiße man. Weil ich sonst nicht hochkommen. Weil du dann wo dem Morgen das Wasser weggemacht hast. Wo stand das Skelett. Da steht's. Ja du. Ne. Bestimmt nicht. Ja doch das eine Wasser was da war. Achso ja. Ich hab gedacht dein Felsch reicht runter. Achso ja. Ich hab gedacht dein Felsch reicht runter. Ich hab gedacht dein Felsch reicht runter. Ich hab gedacht ich wusste dass du schon tot warst. So dann stille. Keine Aufreden hier ey. Ne. Ne. Und Saftladen. Nein. Nein. Ich seh dir recht. Bei wem hat das jetzt so geheilt? Ich glaub bei mir. Alter. Ich hatte so ein Pech. Der Typ hat Gold. Gold. Äh. Rüstung und Gold Helm gedroppt. Und ich hab nur den. Die Hose aufgehoben. Oh mein Gott. Äh. Das war extra. Janis. Hä warum? Ah nein. 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 Alter hatte ich ein Glück. Ich hab noch Glück. What? Ich hab noch Glück. Stirb doch echt. Ah. Alter. Alter. Der mit mir lebt gefährlich. Ich mach das wenn dann selber. Ich mach das wenn dann selber. Und zwar so. Und ich überlebe das auch noch ja. Ey. 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 Du bist doch bloß bei Mining oder? Naja. Ich will nicht in die Höhle gehen um ehrlich zu sein. Boah ist das viel. Aber ich kann nicht alles aufnehmen. Ich komm lieber zurück. Oh mein Gott. Ja wie kommen wir jetzt wieder hoch? Und du auch mit dir. Alter. Wir provisieren halt. Ich hab dir das Wasser ausgemacht. Ja die springt runter obwohl sie weiß dass du das Ding ausmachen kannst. Oh mein Gott. Oh je. Ja nimm welchen dein Zeug mit. Ja ich steh doch. Lokal. Janis da bin ich froh dass wir im Flachland sind. Ja Juli wie steht's mit dem Timer? Keine Ahnung. Er hat nun nicht vibriert. Ach so. Vibriert. Du steckst ihn ganz tief in deinen Arsch rein ne? Ja ganz tief. Juli ich weiß was wir jetzt machen. Bist du drauf? Bitte? Äh. Wir machen uns jetzt einen Zaubertisch. Ja. Hast du Obsidian? Wir haben doch noch. Du hast doch mehr gemacht. Ja. Stimmt. Warte wie war das? Ich brauch noch ein Buch. Ja. Ja. So war das glaub ich gell. Ja. Zeig mir mal wo der Zaubertisch ist. Ja zeig ich dir gleich. Ja zeig mir mal bitte. Arsch. Denkst du. Juli ich versteck ihn da bei unserem anderen ok? Ich lass von oben Wasser runter. Ne wo anders. Andere Seite. Gegenüber liegende Seite irgendwo. Nein. Ich lass von oben Wasser runter gleich. Ja ja schon gehört. Warum nicht? Ja aber wenn da halt beides ist. Dann kann man halt beides auf einmal finden. Nein nein kann man nicht.